Ja, eine sehr gute Map. Schön mit viel Liebe gebaut auf jeden Fall. Ich wäre Kiri geworden, bei dem immer rumdrehen. Ich weiß ja nicht, wie das ist mit dem Editor. Das weiß ich auch nicht. So, jetzt bin ich bei Ghost City. Wow! Ah ne, das Loch war gut. Wie kenne ich das Loch? Ja, das ist noch. Aber die haben wir noch nicht. Also war nicht abonniert. Äh? Spring rüber. Ist auch egal. Die war nicht bei uns. Die war nicht in den abonnierten Objekten. Das hätte ich ja schlecht abonnieren können, sagen wir mal so. Weiter. Ja, geht doch. Ja, da kommt mein Räumer wieder durch, weißt du. Ah, ok. Verstehe ich. Die war nicht. Den kenne ich irgendwie. Echt? Haben wir schon gesehen. Boah, siehst du das, als ich die kannte, da komme ich nicht klar mit. Was denn? Kriegsschnitzel. Was denn? Kriegsschnitzel. Was ist dein Problem, du Stück Dreck von Ball? Leck mich am Arsch. Aber auch noch so ein Warsch, ey? Danke. Ich bedanke mich. Sehr, sehr großzügig. Ich wollte doch sein Erste. wird wirklich so eine abkürzung war weiß ich auch nicht da wo ich bin auf jeden fall nicht ist sie klar wie sie ist sie klar das ist aber zurückgesetzt viel schlimmer die sauber zurückgesetzt mein gott du penner wer da alter wichser doch und schlösser wäre nicht jetzt mal ernsthaft soll hier unten dran sein ich hab keine alter da unten drunter ist die drücke ich hab jetzt gedacht wenn du Sack hast da bin ich richtig dreist gewesen das trifft doch noch weißt du voll ins blau also also die bahn kann ich jetzt zum beispiel nicht ne das auch nicht mehr oh der verhungert oh da ist jetzt gerade verhungert auch noch flanke und nochmal nein schieb ihn an schieb ihn an schieb ihn an schieb ihn an nein das war so ein easy loch ey hast du dich nicht zu fest geschlagen ja der luk hat war ja jetzt nicht schwer ne klung 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 klang 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 sophisticated Das war die Kante. Ich habe nur die Wand gesehen, ich habe nicht gesehen, wo der Ball liegt, wo das Feld liegt. Wo ist denn hier? Komm, guck ich auch mal. Wo sind wir? Keine Ahnung. Okay, ich habe keinen Plan noch. Wui! Eingelacht. Da ist es doch, das Loch. Der Hole. Ach, habe ich auch bei dem einen gesehen, glaube ich, ja. Toll, guck mal, wo wir stehen. Steck ihn doch auf dir. Willi. Ich glaube, ich bin richtig. Du hast aber noch eine Abkürzung, ne? Okay. Da ist noch so ein Portal. Okay. Mach doch mal auf wieder zu fest. Weiße. Weiße hier. Geht doch. Pass auf, Trempels. Das ist jetzt. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Nein, wir leben hier hinzukommen. Da, da, da. da 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 Ich weiß nicht, ob ich das wegbekommen habe. Get Ben! Come on! Oh, da kann ich irgendwo her, ja. Und drinnen. Ist er drinnen oder was? Nee! Ich will den von vorne direkt... Ich weiß nicht, tschüss. Nimmst du, wenn das Minimal leichter ist, nur geschlagen, weißt du? Wo du denkst so... Klar, der letzte Beide ist einmal über die Map geflogen. Und der rollt erst mal, äh... Der schlicht den Haken. Immer so! So! Wow! Der ist direkt reingegangen, vorsichtig! Beim Rüberschlagen ist er eingelogt. Direkt rein! Naja... Wirkliches Händchen, ja. Nein, nein! Ich will den von hier aus genau einlochen jetzt. In einem Schlag. Und? Sauber! Der ist direkt reingefallen, ne? Was ist mir das Problem? Mein Gott! Das stimmt nicht. In den meisten Löchern, wenn du direkt reinfällst von irgendeiner Höhe, springt der raus. Und da hat der eingelogt, sofort instant. Und? What? Okay. Da waren wir uns jetzt einig, dass wir da hin müssen? Ja, würde ich sagen. Leck mich doch! Eine Bahn nach meinem Geschmack! Meine Herren! What? Hä? What? Hä? 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 Was? Ah! Albatross! da wollte ich nicht ich habe gesagt ich bin schon ab schon ewig kein mini golf mehr gespielt leider muss ich leider sagen ja ich hatte meine freunde übersprungen und ich habe mal gesehen und fand es lustig also meine arbeitsgelegen sagen alle das ist lustig ja meine arbeitsgelegen sagen auf jeden fall dann ist lustig aber wie gesagt ich habe ewig ewig schon kein mini golf mehr gespielt ist klar das wäre geil jetzt nicht einfach so Wut? Wie soll das funktionieren? Unklart, unklart Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Was machst du denn da? Musst du denn rüberschlagen Oder Außenbip schlagen also Ich hab durch den Bergküche geschlagen Ach da geht's auch nicht die Tür zu Der muss ja nicht so einfach sein Ne? Da geh ich doch nochmal so schlagen weißt du Und sonst hätte das nicht geklappt Hey, er hat's geschafft Hey, hey, hey Ich fahr auf den Ohr Ich fahr auf den Ohr Ich fahr auf den Bergküche Ich fahr auf den Bergküche die sie verarschen die ganze zeit nicht bewegt und da wo ich die schlange habe schon mit der graf stein und ich hatte die ganze zeit nicht bewegen sehen und das schlage ich auch immer ein